Ja, liebe Zuschauer, wir sind schon auf den letzten Metern, bald ist es soweit. Weihnachten steht vor der Tür. Ach, ist das nicht schön und wie wir uns alle drauf freuen. Aber jetzt wird es auch höchste Zeit, um die letzten Geschenke zusammenzusuchen. Und dabei helfen wir Ihnen, damit Sie da gar nicht erst in Stress verfallen. Wir haben tolle Last-Minute-Geschenke heute hier in dieser Sendung. Also wenn Sie noch für den einen oder anderen eine Kleinigkeit brauchen, dann sind Sie hier genau richtig und können jetzt zugreifen. Und alle Produkte, die wir Ihnen zeigen, sind selbstverständlich garantiert vor Weihnachten bei Ihnen. Also gleich bestellen. Innerhalb von zwei bis drei Tagen sind die Sachen dann auch bei Ihnen zu Hause, sodass Sie die auch noch ganz entspannt vor dem Heiligen Fest verpacken können. Aber denken Sie auch daran, Weihnachten ist natürlich an einem Sonntag dieses Jahr. Deshalb, man muss dann wirklich zügig bestellen. Und wir haben Kleinigkeiten auch perfekt für Geldgeschenke zum Beispiel. Manche wünschen sich ja auch Geld. Und da hat Ralf tolle Sachen rausgesucht. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Weil das ist ja manchmal schwierig, Geld zu verschenken. Und da sind diese Tipps von dir mal ganz willkommen. Ich kenne das ja gut. Ich habe jetzt drei fast Erwachsene. Also meine Jüngste ist jetzt 17, drei Kinder. Und wenn es dann um Weihnachten geht, ich möchte nicht irgendwas kaufen, was sie nicht brauchen. Sondern die sagen meistens Gutschein oder Geld, weil wir wollen das und das. Aber jetzt, dass einfach so hier 50, 100 Euro in die Hand drücken, ist unpersönlich. Und jetzt zeige ich Ihnen am Anfang dieser Sendung zwei Möglichkeiten, die ich persönlich sehr, sehr charmant finde. Vielleicht hier mal mit einer kleinen Spardose. Der hat was ganz Besonderes. Und zwar auf den ersten Blick sieht man schon, das ist natürlich transparent und sehr, sehr groß. Hat mit 17,5 Zentimetern Höhe eine richtig stattliche Größe. Und die kann ich jetzt erstmal individualisieren. Ich drücke einfach ein Bild aus. Das kann heutzutage jeder. Der ist Beschenkten oder auch von mir selber, damit der Beschenkte weiß, von wem sie ist. Und klebe das außen rum. Dann habe ich schon mal eine ganz individuelle Sparbüchse. Aber was hier das Besondere ist, ist hier... Die sieht auch so ein bisschen aus wie so eine Getränkedose. Das ist so eine Getränkedose-Design gemacht. Hier sehen wir auch diesen Schnipsel zum Aufmachen. Aber ist natürlich eine Spardose. Aber jetzt schauen wir mal da oben hin. Da sehen wir 0,0. Kein Wunder, ist nichts drin. Aber jetzt stelle ich die mal hier auf den Tisch. Und wir haben ja mal ein bisschen Kleingeld vorbereitet. Und das werfe ich jetzt einfach hinein. So war los. Und jetzt könnte man natürlich schätzen, wie viel ist denn da drin? Warte mal, lass mich noch zwei, drei Münzen reinwerfen. Dann sehen wir es genau. Schau dir mal. Guck mal, 90 Cent habe ich schon drin. Und so weiß man dann auch immer, wie viel Geld denn gerade in der Spardose ist. Übrigens innen drin ist auch ein Reset-Knopf. Das heißt, ich kann das dann auch wieder irgendwann nullen. Also das ist, finde ich, eine tolle, tolle Idee. Dann schenke ich eben das, ich sage mal, das Geldgeschenk, was ich übergeben will, als Kleingeld. Und ist auch später auch für Kinder als Spardose natürlich hervorragend geeignet. Ein vollautomatischer Münzerkenner und Münzzähler mit integriert in dieser tollen elektronischen Spardose hier. Das ist super toll. Sie sehen es in diesem tollen Getränkedosen-Design. Und Ralf hat es gesagt, Sie können das auch noch personalisieren. Für 9,41 Euro. Perfekt für Geldgeschenke. Mit der NC 34 42 569. Falls sich bei Ihnen auch jemand Geld gewünscht hat, ist das unser erster Geschenkvorschlag. Wir haben aber noch was vorbereitet. Und da freue ich mich sehr drüber. Schauen Sie mal, schenken Sie doch ein Buch. Ja, eben. Weil das heißt ja auch, dass die Jugend von heute viel zu wenig liest. Das ist ein Bestseller. Absolut wird es zumindest jetzt, wenn wir ihn vorgestellt haben. Hier, nicht alleine ein schöner Roman vom Boginger Verlag. Und da hinten sehen wir auch gleich, worum es geht. Das Ganze ist natürlich wunderbar gebunden. Das ist also jetzt kein Taschenbuch. Und das wird meine Tochter zu Weihnachten bekommen. Meine 17-jährige Tochter. Ja, jetzt werden Sie sagen, oh, Buch ist wie Krawatte oder Aschenbecher. Man freut sich nicht so drüber. Es war schön, wenn es ein Fachbuch ist oder man sich das gewünscht hat. Aber dieses Buch ist ein ganz, ganz besonderes Buch. Und es ist auch sehr, sehr wertvoll. Weil, wenn ich nur allein mal die erste Seite aufmache, sehen Sie, was das ist. Das ist ein Buchtresor. Jetzt ist der Schlüssel gerade rausgefallen. Zwei Schlüssel dabei. Und das werde ich eben meiner Tochter an Heiligabend überreichen. Und hier kannst du jetzt irgendwelche Gutscheine reinmachen. Also bei mir wird hier ganz einfach ein kleiner Schein drin liegen. Ja, weil sie sagt ja, ach, ich will, ich spare auf das und das. Und warum soll ich ihr dann Blödsinn kaufen? Also, das hier wunderbar. Und jetzt so verpackt und ihr geschenkt im ersten Moment, da freue ich mich schon drauf, dieser Blick. Oh, toll, ein Buch. Jetzt ist das, oh, habe ich mir schon immer gewünscht. Juhu. Ja, aber später dann auch, also jetzt als Geldgeschenk prädestiniert, aber später war natürlich auch unglaublich gut für den Beschenkten geeignet, um vielleicht mal Wertsachen ein bisschen, ja, unauffällig irgendwo zu verstauen. Mhm. Ein kleiner Tresor als Buch getan, 12,26 Euro und ideal auch, um Geldgeschenke so ein bisschen witzig zu verpacken. Da denkt ihr, oh, ein Buch und dann, ja, da ist der kleine Tresor drin. Da kann man auch Schmuck reinpacken oder Gutscheine oder halt Geld. 12,26 Euro, eine super Idee. NC 34 97 569, da Ihre Bestellnummer. Die Kollegen im Callcenter sind jetzt für Sie da, bitte gleich in die Leitung gehen. 01 80 51 51 3 mal die 2, da können Sie direkt Ihre Geschenke, Ihre Last-Minute-Geschenke bestellen. Die kommen innerhalb von zwei bis drei Tagen zu Ihnen nach Hause. Wirklich, ich freue mich auf den heiligen Abend auf das Gesicht meiner Tochter, wenn sie ihr Buch auspackt, ja, und dann, oh, toll, ein Roman, ja, wenn sie dann aufmacht und dann erst mal den Schlüssel, den behalte ich übrigens bei mir, den bekommt sie erst, wenn sie entdeckt hat, was das für ein Geheimnis hat. Und wenn sie lieb zum Papa ist, ja. Und wenn sie lieb zum Papa ist, ja, wenn ich behalte, ich den Schlüssel, hast du, hast auch wieder recht, das ist noch eine Option, ja. Wenn sie ganz lieb zum Papa ist und wenn sie auch ein schönes Geschenk für den Papa hatte, dann erst bekommt sie den Schlüssel, ne. Jetzt haben wir hier noch was ganz, ganz Besonderes. Wir sehen hier eine wunderschöne Holzschatulle, das ist echtes Bambusholz, ja, sicher, sehr schön gemacht, mit goldenen Janieren und hier vorne auch nochmal wunderbar verschlossen. Aber jetzt machen wir den mal auf und dann werden wir sehen, das ist ein ganz besonderes. Von Carlo Milano, oh, sehr elegant. Ja, ist ein ganz besonderes Geschenk. Das ist jetzt mal eine Möglichkeit, um eine Weinflasche ganz anders zu verschenken. Also hier Platz für eine Weinflasche, wir sehen, der Flaschenhals wird auch schön geführt, das heißt, das liegt dann hundertprozentig gut hier drin. Aber der Clou ist natürlich erstens mal diese Box und dann haben wir hier noch ein fünfteiliges Sommi-Jese. Wir haben einen Wein-Thermometer, wir haben einen Ausgießer und alles, was dazugehört, natürlich auch das Kellnermesser, das dazugehört, Thermometer. Also hier ist wirklich alles dabei, schön sortiert und du kannst es nicht mehr verlieren, weil es immer hier drin ist, bei der hochwertigen Flasche Wein, die man gerne jemand lieben verschenken kann. Und das ist einfach Stil. Weißt du, wie verschenkt man normalerweise Weinflaschen? In so einer Papiertüte. Da macht man das rein und dann, ach ja, schöne Flasche Wein. Hiermit bekommt auch eine Flasche Wein die Bedeutung, die ihr zusteht. Also hier würde ich jetzt keinen billigen Fusel, keinen, was weiß ich, Landwein für 99 Cent reinmachen, sondern meinen hochwertigen Wein. Den Lieblingswein des Beschenkten und dann stilvoll verpackt. Das ist einfach perfekt. Und du fühlst das allein und man sieht es auch. Dieses Bambusholz, sehr, sehr hochwertig, sieht toll aus. Vorteil am Bambus, du siehst es hier, hier sind keine Astlöcher, sondern nur einfach die Jahresringe im Prinzip, die wir hier haben. Also es ist wunderschönes Holz, sehr gut verarbeitet. Wir sehen auch die hochwertigen goldenen Scharniere hier. Also das ist einfach auch ein Blickfang und somit also die Möglichkeit, stilvoll Wein zu verschenken. Vor allem hier ist alles mit dabei. Sie sehen ja hier das Kellnermesser. Das ist ja ganz wichtig, um die Weinflaschen dann auch ordnungsgemäß zu öffnen. Dann das Wein-Thermometer, das wir hier haben. Wir haben den Weinausgießer mit dem Verschluss. Auch das ist ganz wichtig, wenn du eine Weinflasche dann schön mal ausgießen möchtest, dass wir das hier alles dabei haben. Auch der Ausgießer übrigens auch zum Atmen vom Wein. Ja, und hier noch, guck mal, ein Flaschenverschluss ist mit dabei, auch wenn du mal nicht eine ganze Flasche trinkst. Und auch dieser Flaschenkragen ist hier noch mit dabei. Also ein komplettes Set. Alleine wenn man hier so einen Flaschenverschluss mal einzeln kauft, der kostet gut und gerne 10, 15 Euro. Ein Wein-Thermometer ist auch unglaublich teuer alleine. So ein Flaschenkragen auch. So ein gutes Kellnermesser auch. Also das ist wirklich ein sehr, sehr hochwertiges Geschenk, was wir hier haben. Tauf alleine mal so eine Holzbox als Geschenkebox. Also Echtholz. Das ist jetzt nicht Pappmaché, das ist Echtholz, das ist Bambusholz. Und da bist du schon wesentlich mehr Geld los. Also ich finde, es ist einfach ein Ausdruck von Stil und von Wertschätzung auch des Bekannten. Weil so eine Weinflasche in eine Papiertüte reinstecken, das kann jeder und da sagen, hast du eine Flasche Wein. Aber hier einfach, das ist ein Ausdruck von Respekt des Beschenken, den man den gegenüber hat, den man auch anerkennt als Weinkenner, bei dem man sagt, okay, der hat Ahnung von Wein, denn dem schenke ich dann auch mal ein solch hochwertiges Sommelier-Set. Und oft sucht man ja ein schönes Geschenk auch für einen Herren, weil gerade für einen Mann ist es ja schwierig, ein gutes Geschenk zu finden. Da finde ich das toll. Also so eine tolle Geschenkbox, dann eine schöne Flasche Wein rein, dann so ein schönes Sommelier-Set hier mit diesen ganzen Utensilien, die man dann benötigt, um die Flasche Wein auch zu genießen. 12,26 Euro. Wir kommen hier von einem Preis von 30 Euro. Das ist die unverbindliche Preisempfehlung. Das ist hier eine tolle Qualität. Also greifen Sie hier zu. Das ist jetzt Ihr TV-Sonderpreis. 12,26 Euro. Den bekommen Sie hier bei uns mit der Bestellnummer NC333569 am Ende. Deshalb gleich bei den Kollegen im Callcenter bestellen oder Sie können auch online bestellen unter www.pearl.tv. Sie können da selbstverständlich auch gleich zwei oder drei bestellen. Das ist kein Problem, wenn Sie mehrere Weinfreunde im Freundes- oder Bekanntenkreis haben. Sie dürfen da auch mehrere bestellen. Das ist kein Problem. Und wir machen weiter mit ganz, ganz tollen Geschenkvorschlägen. Da bin ich richtig begeistert. Die habe ich selber auch gekauft zum Verschenken, weil ich finde die super schön. Das sind unsere tollen USB-Feuerzeuge. Ja, und die sind wirklich außergewöhnlich. Schon allein in der Bauart. Wie Sie sehen, wir haben sie in vier Farben. Farben mittlerweile. Unsere neueste Farbe ist dazugekommen. Schwarz, Gold, Violett, beziehungsweise das ist mehrfarbig. Und dann auch noch ein Blaues ganz, ganz neu drin. Aber die Hochwertigkeit dieser Feuerzeuge, die spürt man schon. Und zwar am Geräusch. Ich habe mein Privates jetzt hier mal aus der Tasche gehört. Und achten Sie nur mal auf das Geräusch, liebe Herren. Aber auch die Damen. Merken Sie was? Das so muss ein Feuerzeug klingen. Vollmetall. Und dementsprechend jetzt nicht nur für mich als Raucher perfekt, sondern auch als Geschenk, den man einem Raucher machen will. Obwohl auch Nichtraucher können sich so ein Feuerzeug gebrauchen. Weil ich kann auf einfachste Art und Weise hier das Ganze personalisieren. Mit einer Gravur. Ich habe das gemacht und habe es dann verschenkt. Aber technisch, das sehen Sie jetzt, ist es einfach eine Ausnahmeerscheinung, weil es ein komplett elektrisches Feuerzeug ist. Auf Knopfdruck entstehen hier diese Lichtbögen, die sich kreuzen. Und in diesem Lichtbogenkreuz wird die Hitze erzeugt. Die reicht, um Kerzen anzuzünden, Zigaretten anzuzünden oder überall, wo ich an diesem Punkt Hitze brauche, also Feuer entzünden will, geht das. Und ich möchte Ihnen mal kurz die Gravur zeigen. Hier bei mir ist sie drauf auf dem Feuerzeug. Ich habe bei mir ein bisschen geübt, habe da einen kleinen Fehler gemacht. Sehen Sie es da? RJ. Also erstmal hätte ich die Schriftgröße größer machen müssen und kein Leerzeichen. Weil beim zweiten Feuerzeug, das ich meiner Freundin geschenkt habe, habe ich es dann gewusst und habe es richtig gravieren lassen. Also machen Sie ruhig ein bisschen größer und ohne Leerzeichen. Aber so wird, da sehen Sie es. Ja, das ist für Ellen. Das habe ich ihr geschenkt und seitdem passt sie auch auf ihr Feuerzeug auf, weil das ist nicht irgendein Feuerzeug. Das ist ihr Feuerzeug. Jetzt haben wir Gold eingeblendet, aber ich glaube, die Farben sind Geschmackssache. Aber diese Technik, die will man einfach haben. Und ich habe in meinem Bekanntenkreis noch nie so viel Nachfrage gehabt nach einem einzelnen Produkt, die immer sagen, bring mir auch eins mit, bring mir auch eins mit. Oh, nee, bring mir gleich zwei, weil eins will ich verschenken, eins will ich selber. So, die laufen. Also ich habe mittlerweile, ich glaube, 30 oder 40 dieser Feuerzeuge schon gekauft, weil sie jeder haben will. Ich liebe das, ja. Ein Wind- und Wetterfeuerzeug. Und wir müssen alle bedenken, jetzt kommen sie ja auch Silvester. Und da ist man ja draußen, muss ja dann auch die Raketen anzünden. Und was braucht man da wieder? Ein gutes Feuerzeug. Und das ist ja hier so ein Sturmfeuerzeug, das bei Wind und Wetter auch standhält, das hier auch wunderbar zu bedienen ist, wo man sich nicht die Fingerchen verbrennt, weil das einfach toll funktioniert durch diesen doppelten Lichtbogen. Das ist genial. Deshalb suchen Sie sich hier das Feuerzeug Ihrer Wahl raus in der Farbe Ihrer Wahl. Lassen Sie es vielleicht noch schön gravieren. Hier das goldene Wunder, wunderschön. Wir zeigen Ihnen gleich auch noch eine Übersicht mit allen Bestellnummern und allen Farben. Wir haben schwarz, wir haben Gold. Wir haben jetzt für Sie eingeblendet dieses Violette. Das kann ich Ihnen auch nochmal zeigen. Das ist nämlich so leicht changieren. Schauen Sie mal, das heißt Violett bei uns. Das ist aber so ein leichter Flip-Flop-Effekt. Das sehen Sie vielleicht auch hier. Jetzt scheint es Gold zu sein. Jetzt scheint es so ein bisschen violett zu sein. Jetzt wird es auch so ein bisschen bläulich. Also das ist so ein Flip-Flop-Effekt, den es eher hat. Finde ich auch ganz toll. Das habe ich meinen Brüdern geschenkt. Ja, ich denke, das sind die Vorlieben verschieden. Also ich habe auch schon erwachsene Frauen gehabt. Also ja, ich sage mal, in meinem Alter, die gesagt haben, oh, ich möchte das Violette. Aber andere sagen auch, nee, klassisch Gold oder Schwarz. Also da sind Geschmäcker verschieden. Aber eins ist sicher, es gefällt jedem. Es ist unglaublich technisch innovativ. Und ja, müssen wir natürlich noch sagen, Pearl hat diese Feuerzeuge nicht erfunden. Die gibt schon von anderen Herstellern. Aber Pearl hat hier den Preis erfunden. 12,26 Euro. Die kosten an anderer Stelle. Kosten solche elektrisch funktionierenden Feuerzeuge auch gerne mal 40, 50 je nach Hersteller auch noch mehr Euro. Und jetzt ist unser, das ist unser neuestes Kind in Blau. Und das finde ich jetzt auch mal außergewöhnlich schön. Wunderschön. So ein ganz tolles Dunkelblau ist das. Sehr, sehr schick. Auch leicht glänzend hier, wenn man das so ein bisschen ins Licht hält. Sehr, sehr schön. Also wirklich so ein Nachtblau, das wir hier haben. Und auch hier toll gearbeitet. Man sieht auch hier diese doppelten Lichtbögen. Greifen Sie zu. Holen Sie sich die Feuerzeuge Ihrer Wahl. Hier sehen Sie nochmal NX 87 76 569 für Lila. NX 87 77 569 für Schwarz. NX 87 78 569 für Gold. Und Blau mit der NX 89 03 und der 569. Jetzt gerade seitlich nochmal für Sie eingeblendet. Alle 12,26 Euro. Bitte schnell zugreifen. Auch hier dürfen Sie ruhig mehrere bestellen. Ist kein Problem. Ich habe auch ganz viele gekauft. Ich habe auch gerade das schwarze Eimer schon verschenkt gehabt zum Nikolaus. Das kam auch sehr gut an. Und da strahlt der Ralf, weil wir haben hier das nächste Last-Minute-Geschenk. Das ist natürlich was für die etwas kleineren. Ja, das ist ein Monster-Track. Und Monster-Track-Rennen sind so in aller Munde. Man kennt das. Diese riesen Autos auf riesen Rädern. Und hier haben wir was ganz Besonderes. Du siehst hier Vierrad-Federung und auch Vierrad-Antrieb. Sehr, sehr stabil. Natürlich mit Fernbedienung. Das ist sowas, was kleine Rennfahrer mögen. Ist nagelneu bei uns im Programm. Und ich müsste jetzt eigentlich ein normales Modellauto unten auf den Boden legen, um loszufahren. Achtung, jetzt wird unser Kameramann gleich erschrecken, weil, guck mal hier, und jetzt geht es dann gleich los. Ab nach vorne. Moment, ich muss hier. So, jetzt. Hast du das gesehen, was der macht? Also das ist phänomenal. Und damit kann ich jetzt eben überall ohne Probleme Gas geben. Unten wie eine Pistole getrieben, nach vorne, nach hinten. Und jetzt natürlich die Lenkung wie ein Fahrrad. Sehen Sie das? Da kann ich hoch. Ja, hoch wird jetzt ein Problem. Aber unglaubliche, unglaubliche Geschwindigkeit auch. Das macht Spaß. Gerade auch durch diese Federung, diese Einzelrad-Annehmung. Und damit kannst du über Stock und Stein, also bei uns ist es jetzt eben, aber natürlich kannst du da auch wirklich problemlos nach vorne, ich muss wieder zurück, über draußen im Garten mal fahren. Ja. Und es macht riesig Spaß. Der sieht nicht nur toll aus, eben ein richtiger Monster-Track, sondern macht auch riesig Spaß. Übrigens auch ganz, ganz wichtig, dass er eine unglaubliche Akkulaufzeit hat. Bei vielen akkubetriebenen Fahrgeräten weiß man, dass er nach sieben, acht Minuten Schluss ist. Da muss man sich wieder ans Ladegerät. Hier haben wir eine Akkulaufzeit von 20 Minuten. Das ist phänomenal. Und da sehen Sie mal, hier draußen bei uns im Park praktisch, im Park hier, ja, ausprobiert. Und das ist ein Modellauto, das unglaublich Spaß macht. Wie gesagt, Vierrad-Aufhängung, auch alle vier Achsen gefedert. Und das hat eben diese Größe. Übrigens, Originalmaßstab 1 zu 24. Also nachempfunden den richtigen, großen Monster-Tracks. Aber, ja, du siehst, es macht unglaublich Spaß, damit zu fahren. Spitzengeschwindigkeit über Stock und Stein von 12 kmh. Das ist eine enorme Geschwindigkeit. Wahnsinn. Also es ist wirklich cool, damit zu fahren. Richtig genial, das Ganze. Man sieht's hier, man kann damit langsam fahren, schnell über Stock und Stein und dann auch draußen wahrscheinlich direkt ausprobieren, wenn Sie es möchten. Der ist echt cool. Schaut mal. Und dann düst er wieder los. Guck mal, ich kann sogar rückwärts hier fahren, kreuz und quer, wie ich es möchte. Jetzt will ich mal wissen, was passiert, wenn er über meinen Fuß fährt. Fahr mal so weiter. Fahr mal so weiter. Ich will schauen, ob er das schafft. Das ist jetzt ein Test. Achtung, na so. Oh, 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 oh. Hättest du das jetzt gedacht? Ich hab gedacht, der bleibt jetzt hängen. Nein, der bleibt nicht hängen. Den interessiert das gar nicht. Überhaupt nicht interessiert den das. Da sehen Sie mal, wie leistungsstark unser Monster-Truck ist. Also das macht riesig Spaß. In der Wohnung schon, aber draußen. Oh, 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 hier hat ein Unfall gebaut. Oh, oh, oh. Warte, ich muss mich wieder aufrichten. Kriegst du den so auf? Nee, ich glaube nicht. Ach komm, kein Problem. Kein Problem. Kleine Hilfestellung. Weitermachen. Los. Der geht ja auch nicht kaputt. Der ist ja unglaublich stabil. Da kann ruhig mal so einen Überschlag machen. Da kann ruhig mal ein kleines Malheur passieren. Das ist gut. Das macht eben noch mehr Spaß. Das sind so diese absoluten, in Amerika sind das Riesenrenner, Monster-Tracks. Aber es gibt mittlerweile auch in Deutschland solche Touren von Monster-Tracks und die sind immer ausverkauft. Ich weiß, ich stand ja früher, ich hab ja Brüder, ich hab das geliebt. Wir hatten sogar so Monster-Truck-Quartetts, wo wir immer so gespielt haben und haben uns die immer angeschaut. Hab das geliebt früher. Ja, dann sind die immer in diesen Shows über so Autos gesprungen. Vielleicht kennen Sie das, ja? Dann sind die Monster-Tracks immer so aus so Rampen gefahren und dann über so Autos drüber gesprungen. Du, aber das erste Auto haben sie doch immer als Rampe genommen, oder? Ja, dann sind sie drüber und dann sind sie auch hinten über die Autos so drüber und sind auf denen gelandet, haben die so platt gedrückt. Das fand ich immer total toll. Wir haben das geliebt. Und wenn man jetzt selber so einen Monster-Truck hier fahren kann und mit dem losbrausen kann, vor allem mit diesen Reifen, dass sie sich dann auch so bewegen. Das ist so toll, ist auch einfach zu steuern. Also die Kids werden dann riesen Spaß mit haben für 28,41 Euro. Finde ich super genial. Holen sich vielleicht gleich zwei nach Hause, weil bei dem tollen Preis, es macht einfach eine irre Freude, damit Gas zu geben, egal ob in der Wohnung oder dann auch draußen. NX 93 58 569, das ist ein super Last-Minute-Geschenk, auch für die Kleineren, wenn sie da ja Kinder, Enkelkinder haben und da was verschenken wollen. Und du hast ja bei so Monster-Tracks eine enorme Bodenfreiheit. Und durch die Reifengröße, die Profiltiefe sorgt übrigens dafür, dass er dann auch bei schlecht gängigen Untergründen eine richtig gute Figur macht. Also das macht unglaublich Spaß. Jetzt mal raus, vielleicht hinten in den Garten und dort, wo es richtig matschig ist, da mal durch mit dem Monster-Tracks. Ah, da wird, du glaub mir, das ist jetzt nicht noch was. Im ersten Moment habe ich immer gedacht, wäre was für Kinder, aber glauben Sie mir, auch die Großkinder haben da riesig Spaß dran. Und das gilt natürlich auch für unser nächstes Produkt. Ja, unseren tollen Hubschrauber-Ball, denn der ist richtig magisch. Schau mal, den schaltet man an und plötzlich fängt er alleine an zu schweben. Und dann lebt der hier direkt los und man kann ihn, oh Gott, mit den Händen steuern. Er steigt dann immer wieder nach oben und sobald er auf einen Widerstand trifft, geht er wieder hoch. Wir haben ihn gerade lieferbar. Die neue Lieferung ist gerade gekommen. Noch, ja, die wird gleich wieder ausverkauft sein für 9,41 Euro. Also jetzt im Moment garantieren wir Ihnen aus dieser Lieferung, wenn Sie heute bestellen, kommt der sicher noch vor Heiligabend zu Ihnen. Aber die Lieferung ist spätestens am Wochenende ausverkauft. Das heißt, jetzt letzte Chance. Es ist für mich persönlich, das habe ich immer wieder betont, das Spielzeug des Jahres. Und ich freue mich auch hier auf Heiligabend, weil ich werde den auch mehrfach verschenken. Und das wird mit Sicherheit ein Riesenspaß. Nicht nur für die Kinder, die das bekommen, sondern da spielen ja automatisch alle anderen außenrum mit. Und das erinnert mich immer so ein bisschen an einen Zauberlehrling aus Fantasyfilmen, der hier einen magischen Ball schweben lässt, weil genau diese Anmutung hat es. Sie sehen das, ich brauche den nicht mal zu berühren. Und was ich ganz schön finde, Kathi, also ich jetzt als Opa kann das wirklich sagen, es ärgert mich immer, wenn ich bei Spielzeugen laufend Batterien nachkaufen muss, weil Sie wissen, die brauchen normalerweise viel Batterien, brauche ich hier nicht. Weil die sind nicht batteriebetrieben, sondern akkubetrieben. Nach langer Flugzeit, neun Minuten, das ist wahnsinnig für einen Hubschrauber, hänge ich ihn einfach wieder kurz ans Ladegerät und dann geht der Spielspaß weiter. Deshalb würde ich Ihnen gleich empfehlen, zwei zu kaufen, einer am Ladegerät, einer wird bespielt und dann immer im fliegenden Wechsel. Weil das hat so richtig, das Spielzeug hat Suchtpotenzial. Das kann ich sagen, da möchte man gar nicht mehr aufhören zu spielen. Es ist so toll für 9,41 Euro. Die meisten Kunden bestellen übrigens gleich zwei, drei von diesen tollen selbst fliegenden Hubschraubern. Es ist auch schön, einen wahrscheinlich zum selber behalten und einen dann zum verschenken. 9,41 Euro noch lieferbar. Deshalb gleich bestellen, damit Sie den auf jeden Fall vor Weihnachten bekommen, dass Sie hier mit dabei sind in der Lieferung. NX 93 43 569 und dann haben Sie den dann auch direkt zu Hause. Das ist wirklich toll, ja. Wie der leuchtet auch. Das macht einfach Spaß. Und es ist so ein bisschen magisch, ja. Für innen und für außen. Also draußen natürlich nicht, wenn Sturmböen sind. Aber ansonsten ist das auch für draußen ein tolles Spielzeug. Und das macht jung und alt, groß und klein gleich viel Spaß. Ich vergleiche das gerne erstmal mit einem Luftballon, dem ein Kind einem zuwirft. Was macht man denn als Erwachsener? Man tippt ihn zurück. Man lässt ihn fliegen. Und genau so wird es mit diesem Sensationsprodukt, mit diesem Hubschrauberball sein. Übrigens auch, brauchen Sie keine Angst zu haben um die Fingerchen, weil die Rotoren haben sofortige Abschaltung, Sicherheitsabschaltung, sobald irgendwas in den Bereich der Rotoren kommt. Also da ist es auch an Ihre Sicherheit gedacht. Es macht unglaublich Spaß, damit zu spielen. Unser Kameramann, der hat sich jetzt auch gerade, das sehen Sie nicht, der hat sich natürlich auch nicht nehmen lassen, mal ein bisschen mit dem Ball zu spielen. Und hier, schauen Sie, Magic Kati hier. Wow, du hast ja magische Hände, Kati. Das ist super, ne? Das macht doch richtig viel Spaß, wenn der dann über einen rumtankt, wenn der dann so rumfliegt. So toll. Und dann kann man den mit dem Fuß nach oben stupsen, wer man mag. Der fließt so schön und dann diese Lichter. Ach, gerade wenn man den das erste Mal auch anschaltet, man hat so viel Freude damit. Nicht nur als Kind, sondern auch als Erwachsener. Ich bin jedes Mal fasziniert, wenn ich den wieder in den Händen habe. Und dann ist er mit immer am Spielen. Und es macht einem einfach so viel Freude, wenn man dann auch immer wieder neu ausprobiert, wie man das mit dem Arm macht. Und dann tanzt man da drunter lang. Und es ist wirklich so ein bisschen Magie pur. Super. Und wie du gesagt hast, dann einfach immer wieder aufladen und schon geht der Spaß weiter. Und dann gucken wir, Ralf ist auch schon richtig magisch begeistert für Jung und Alt. Ein riesen Spaß hier. Unser Hubschrauber bei 9,41 Euro. Und Achtung. Den muss man haben. Schon höheren wie Ronaldo. Knapp daneben. Aber das ist ja, das ist eben so eine Sache. Die wird Ihnen Spaß machen. Und dann 9 Minuten Flugzeit mit einer Akkuladung. Einfach wieder ran an die Steckdose. Und dann geht der Spielspaß weiter. Im Hellen, im Dunkeln noch mehr Spaß durch die LED-Beleuchtung. Draußen genauso wie drin für Groß und für Klein. Und ich glaube, das ist mal wirklich so ein Spielzeug, was hundertprozentig ankommt. Und ich weiß auch, dass die Kinder den ganzen Heiligen Abend und weit darüber hinaus damit natürlich beschäftigt sein werden. Also holen Sie sich dieses Spitzenspielzeug nach Hause. 9,41 Euro. Die NX 93 43 569. Und das waren unsere Last-Minute-Geschenke, die wir Ihnen gezeigt haben. Wenn Sie jetzt das ein oder andere noch entdeckt haben, bitte schnell in die Leitung gehen. Die Kollegen im Callcenter sind da für Sie da. Unter der 0180 51 51 3xD2. Vor allem den hier. Den müssen Sie jetzt ganz, ganz schnell bestellen, dass Sie den noch bekommen. Der ist so, so toll. Aber wir haben Ihnen auch die tollen USB-Feuerzeuge zum Beispiel gezeigt. Und auch die Sachen für Geldgeschenke. Der Buchtresor. Ein Highlight. Ja, wenn da sich jemand Geld wünscht, bei Ihnen im Freundes- und Bekanntenkreis da zugreifen. Weil da ist man ja doch immer so ein bisschen am Überlegen. Sie können auch gerne online bestellen unter www.pearl.tv Und denken Sie dran, Sie zahlen ja eh nur einmal Porto- und Versandkosten täglich. Deshalb immer schnell durchklingeln. Und die Bestellnummern bei den Kollegen im Callcenter durchkleben, damit Sie die TV-Sonderpreise bekommen. und richtig aufmerksamksam formulieren. Und dann, warte, Vielen Dank.